Verena Bentele und Gerd Schönfelder sind Deutschlands behinderten Sportler des Jahres. Die von Geburt an bliebende Biathletin und der arm amputierte Alpin-Rennfahrer wurden am Samstag im Sport- und Olympiamuseum in Köln ausgezeichnet. Bentele gewann bei den Winterspielen in Vancouver fünf Goldmedaillen im Biathlon und Langlauf und war damit die erfolgreichste Athletin überhaupt. Sie wurde in diesem Jahr unter anderem schon mit dem Bambi in der Kategorie Sport geehrt. Das Beste sind auf jeden Fall die Goldmedaillen gewesen, 2010 die fünf, weil das ist der Anlass für all die Preise jetzt, aber die Preise an sich, ich glaube, da wäre eine Bewertung jetzt gar nicht richtig, weil das sind jeweils andere Rahmen, andere Bedingungen und ich freue mich heute über den Preis schon auf jeden Fall sehr, weil es auch eine Publikumswahl ist. Für Schönfelder, der seine Bilanz bei Paralympics dank vier Titeln in Vancouver auf insgesamt 16 Goldmedaillen verbesserte, war die Auszeichnung der krönende Abschluss eines überaus erfolgreichen Jahres. Also nicht nur die Paralympics, sondern die ganze Saison war eigentlich Wahnsinn. Ich habe ja noch alle sechs Worldcup-Pokale gewonnen gehabt, die es gab und es war natürlich dann natürlich umso schöner, dass ich das dann bei den Paralympics bestätigen konnte. Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, sieht in Bentele und Schönfelder zwei würdige Preisträger. Verena läuft in einer anderen Klasse. Mit ihrem Begleitläufer Thomas Friedrich ist das ein derzeit international kaum zu schlagendes Paar. Gerd Schönfelder, das haben Sie selbst in Wistler erlebt, der kennt keine Stangen auf der Strecke, der geht den Hang herunter wie ein Taifi, würden die Bayern sagen. Während Bentele sollte München den Zuschlag bekommen, ihre Karriere vielleicht sogar bis Olympia 2018 fortsetzen will, hat Schönfelder seinen Abschied vom aktiven Sport nach dieser Saison angekündigt. Der 40-Jährige hofft im Interesse der Paralympioniten dennoch auf eine erfolgreiche Bewerbung der bayerischen Landeshauptstadt. Wenn wir sie wirklich kriegen, die Paralympics, dann wären das wahnsinnig schöne Spiele, die wirklich perfekt organisiert sind für die Athleten, wirklich ein Optimum an rausholen, wo es nur geht. Und für DBS-Präsident Beucher könnte der hohe Wert, den die Münchner Bewerbung auf die Paralympics legt, sogar der entscheidende Vorteil gegenüber der Konkurrenz sein. Die Paralympics sind ein riesiges Fund für die Entscheidung für München 2018. Ohne Paralympics und ohne Engagement für Paralympics gibt es keine erfolgreiche Bewerbung.